Ein Recording in Progress am Sonntagnachmittag. Ich darf hier begrüßen den Dr. Med. Ingfried Hobert. Ingfried, grüß dich. Ja, ich grüße dich auch, Michael. Ja, schön, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ingfried, du wirst auf der kommenden Volition, Samstagvormittag 10 Uhr, den Startvortrag halten. Du bist über einen Bekannten von mir zu uns gestoßen, haben wir uns kennenlernen dürfen. Und du bringst ein ganz, ganz neues Thema mit. Ich habe mich jetzt mit deiner Website schon mal so ein bisschen beschäftigt. Und wir haben uns jetzt gerade kurz vor der Aufnahme noch ein bisschen ausgetauscht, worüber wir sprechen wollen. Und man kann es, glaube ich, in einen Satz packen. Es ist, trau deinem inneren Impuls, egal wie lang der weiße Kittel ist, so hast du es formuliert. Ich finde das sehr spannend, das von einem Doktor zu hören. Wenn wir diesen Satz mal als Überschrift nehmen, was genau willst du damit ausdrücken? An was arbeitest du? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Gut, ich bin ja auch in der Facharztausbildung für Allgemeinmedizin gewesen. Das heißt, viereinhalb Jahre Krankenhaus. Und war natürlich begeistert von den vielen Schätzen und Errungenschaften der Schulmedizin, gerade was Intensivmedizin anbegeht, was Chirurgie anbegeht. Aber ich war gleichzeitig entsetzt über die Kälte der Medizin und über die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird und vor allem, wie mit Medikamenten umgegangen wird. Und war wirklich enttäuscht und sagt, ist das schon alles? Das habe ich schon am Ende des Studiums gedacht. Ist das alles, was ihr mir mitteilen wollt? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und am Ende des Studiums, am Ende der Facharztausbildung, noch mal das Gleiche. Ist das jetzt gewesen? Ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss? Und das konnte ich so nicht akzeptieren. Und von daher, meine Doktorarbeit habe ich schon in Sri Lanka geschrieben, Mitte der 80er Jahre, über das Darmmikrobiom. Also ich habe immer selbst geforscht. Und es hat mich immer in andere Länder getrieben. Aber dann nach dem Studium und nach der Facharztausbildung ganz besonders, um zu schauen, was haben andere Kulturen hervorgebracht? Was bietet die Schatzkiste der Weltmedizin, die die Erfahrung, das Erfahrungswissen von Menschen gesammelt hat, die von Generation zu Generation geschaut hat, wie kann ich das Leben meiner sozialen Gemeinschaft erleichtern, bereichern? Medizinmänner, Schamanen, Kräuterfrauen, Wissende, Stammesälteste. Was hilft, Lebenskraft zu stärken? Was hilft, die Gemeinschaft zu stärken? Und wie können wir, wenn die Mitte verloren gegangen ist, wie können wir dann unterstützend wirken durch Rituale, durch Ernährung und dann eben auch durch Pflanzen, von denen sich herausgestellt hat, wenn wir sie einnehmen? Das macht etwas mit uns. Und so haben sie die Naturkräfte erforscht, weil es gab ja keine andere Möglichkeit und haben gemerkt, Mensch, umso mehr ich einen Schritt auf die Natur zugehe, umso mehr kommen es mir zwei Schritte entgegen. Und so hat sich eben von Generation zu Generation ein Wissen angehäuft, aus der Weltmedizin würde ich das so nennen, oder aus der Schatzkiste der Weltmedizin, da hat sich eine Schatzkiste gefüllt mit dem Besten, was Menschen zusammengetragen haben. Und das, was sich bewährt hat, das wurde an die nächste Generation weitergegeben. Und das, was nicht funktioniert hat, wurde aus dem Bord geschmissen. Und so hat sich das Wissen immer weiter verfeinert. Und mein Ansatz ist ganz klar der, willst du Menschen helfen oder willst du Menschen inspirieren, für sich selbst weiterzugehen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen? Was bietet uns hier die Natur, was wir als Unterstützung bekommen können, um diese Mitte wiederzufinden? Also es dreht sich immer alles um die Mitte. Medizin, da steckt das Wort Mitte ja auch drin. In der Meditation, im Englischen das Remedy, Remedy zurück zur Mitte. Also Menschen haben zu allen Zeiten immer versucht, die Mitte wiederzufinden, sie zu stabilisieren. Und das ist heute aus dem Auge geraten, wenn einfach Organe beliebig ausgetauscht werden, wenn man Symptome immer noch als Zufall sieht, wo es scheinbar keine Botschaft dahinter gibt. Wir sind als Gesellschaft so weit, dass wir dieses Spiel einfach nicht mehr spielen können, müssen, dürfen. Weil es die Evolution blockiert. Es ist eine Lose-Lose-Situation, wenn man im Spiel der Pharmazie sich auf Medikamente verlässt und glaubt, die würden das Problem schon lösen. Dem ist, so kann ich nach 40 Jahren täglicher Erfahrung sagen, definitiv nicht so. Und wenn ich die Irrtümer der Medizin anschaue, dann bestätigen die neuesten Erkenntnisse immer wieder, dass alles alle zehn Jahre über den Haufen geworfen wird. Ja, also es ist so ein Back-to-the-Roots-Ansatz meistens wahrscheinlich da, so zurück zu den Wurzeln. Das ist etwas, das fällt mir auch gerade im gesellschaftlichen Leben auch auf, weil die Alten waren ja im Prinzip innerhalb der Gesellschaft ja auch die, die dann wahrscheinlich über den größten Wissensschatz verfügt haben. Ich habe vor etwas längerer Zeit mal einen Vergleich gebracht mit dem Anreichern von Wissen, was ja auch eine gewisse Art von Entwicklung ist. Aber du hast das gerade auf eine Art und Weise mir wieder bestätigt, dass im alten Menschen einfach immer alles vorhanden war und dann einfach auch die nächsten Generationen dann zur Verfügung gestellt werden konnte. Und das sind einfach Prozesse, die kommen, glaube ich, gerade in einer aktuellen und vor allem speziell in den westlichen Gesellschaften momentan, kommt dieser Bezug zum alten viel, viel, viel zu kurz. Ja, das denke ich einfach. Auch wie man mit den älteren Generationen umgeht, wie man sie bewertet, wie man sie einordnet in der Gesellschaft, da merke ich schon, dass da was weggefallen ist. Und ich kann mich, also ich kann mich auch noch an meine Familiengeschichte erinnern, dass die Großmutter und die Urgroßmutter, die wussten Sachen, speziell auch aus der Medizin. Und wenn man nur das alte Hausmittelchen noch so in Anführungszeichen so anguckt, ja, dann hatte man immer einen natürlichen Bezug. Dann war das ein Kräutersud oder das war irgendetwas aus der Natur auf jeden Fall, ja. Und mit Sicherheit kein pharmazeutisch-industriell hergestelltes Medikament. Ja, und Medizin hat sich jetzt, Ganzheitsmedizin, wie ich sie definiere, hat sich völlig verändert. Auch Naturheilkunde hat sich völlig verändert. Ich würde sogar sagen, das alte Bild der Phytotherapie gilt heute gar nicht mehr. Wir haben eine ganz neue Form von Hochdosis-Naturmedizin, die sich dadurch auszeichnet, dass wir heute Studien haben über die Inhaltsstoffe von Heilpflanzen. Wir wissen also genau, wie der Inhaltsstoff in der Kurkuma-Wurzel, also das Kurkumin, heißt. Und wir haben in diesem Fall 11.000 Studien, die zeigen, wie Kurkumin Entzündungsprozesse, Autoimmunprozesse runterbremst. Und wir haben moderne Labortechnik, ich denke an unseren TNF-Alpha-Hemm-Test, und ganz viele Blutuntersuchungen, wo wir bei Rheumapatienten, bei Colitis, bei Krebspatienten zeigen können, wie, hier in meiner Praxis am Stein oder mehr, wie wir dann durch Infusionen mit Kurkuma eben Stück für Stück die Entzündungswerte innerhalb weniger Tage und Wochen runterfahren können. Das heißt, alles, was wir an Naturmedizin einsetzen, an Hochdosis-Naturmedizin, ist belegt und lässt sich obendrein noch durch tägliche Abnahme der Blutwerte nochmal nachweisen. Und wenn der Patient sieht, dass Naturmedizin wirkt, dann hat das nochmal einen psychologisch verstärkenden Effekt und den nutzen wir hier, gerade wenn Patienten für eine Woche hier an Stein oder mehr kommen und wir dann solche Infusionen geben, nutzen wir auf der einen Seite das überlieferte Heilwissen, wenden es aber in der Hochdosis-Therapie in der modernsten Weise an und kontrollieren dann mit moderner Labormedizin, wie gut die Wirkung auch anschlägt. Das Gleiche gilt dann auch für Weihrauch, für Mürre, für Infusionen mit Olivenblatt-Extrakt, Infusionen auch mit DMSO, mit Schwefel, natürlich Vitamin C, ganz klar. Aber auch in Kapselformen gibt es Hochdosis-Naturmedizin, die wir einsetzen können und wo wir dann über Blutuntersuchungen genau feststellen können, wie es wirkt. Und das ist völlig ein Riesenunterschied zu dem, was früher gemacht wurde, wo man gesagt hat, nimm mal diesen Tee dreimal am Tag oder wie du eben sagtest, mach dir einen Sud. Das ist alles schön und gut, das hat auch funktioniert, aber das geht heute viel präziser. Wir wissen, wie viel Katzenkrallenextrakt wir einnehmen müssen, wie viel Milligramm, um den Blutdruck um 5% zu senken oder wie viel Boxhorn-Klee-Sam-Extrakt wir nehmen müssen, um bei Diabetes den Zuckerspiegel um 8-9% zu senken. Das haben Studien ausreichend ergeben und das können wir jetzt in der modernen Hochdosis-Naturmedizin gezielt uns zunutze machen, um hier die Mitte wieder herzustellen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt sagst, du blickst so ein bisschen auf das Leben zurück und auch dem, was du erlebt hast. Erstens, was mich interessieren will, wenn du eh vom Fach bist, wie hat sich Medizin verändert? Das würde mich mal interessieren oder welche Einflüsse unterliegt oder sind es die, die Medizin verändert haben? Das würde mich mal interessieren. Das Zweite ist, wer oder was ist es, was den Einfluss dann nimmt und aus welcher Motivation heraus? Es ist für mich immer so einfach zu sagen, na ja, es ist ein finanzielles, monetäres Interesse seitens einer Pharmaindustrie, die versucht, möglichst viel Produkte abzusetzen. Sei es, also wenn du die Kiste anschmeißt, dann siehst du im zweiten Werbespot irgendein Medikament gegen irgendwas, zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Was würdest du sagen, was für eine Kraft ist das, die da einwirkt und was wird da für ein Ziel verfolgt? Jetzt einfach mal so aus erster Hand. Ja, das ist eigentlich ganz, für mich ist es ganz einfach. Es sind zwei Ansätze. Den Satz, den wir Naturheilärzte oder Ganzheitsmediziner vertreten, das ist ein Ansatz, der versucht, das Gesunde zu stärken, der weiß, dass Heilung immer Selbstheilung ist. Und es liegt an uns, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Selbstheilung besser gelingen kann. Rahmenbedingungen, das sind Ernährung, Sport, Meditation, Schlaf, all diese Rahmenbedingungen, die müssen stimmen. Dann kann Selbstheilung gelingen und kann verstärkt unterstützt werden mit Hochdosis Naturmedizin. Das ist ein probiotischer Ansatz, ein Ansatz, der das Gute, das Funktionierende in den Mittelpunkt stellt. Und dem steht gegenüber der antibiotische Ansatz. Und dieser antibiotische Ansatz, der sagt, da ist ein Feind, ein Erreger, der muss mit Antibiotika weg, antibiotisch wegtherapiert werden. Da ist ein Virus, da muss man vorher mit Impfungen gucken, dass man irgendwie das wieder wegkriegt. Zuletzt glaubte man sogar, dass mit der Impfung während einer Pandemie noch was wegzukriegen ist. Da sind die Antidiabetiker, die Antirheumatiker, die Anti, Anti, Anti. Und das bedeutet, der Patient wird in dein Korsett gesteckt. Du bist ab heute Rheumatiker. Das zeigt jetzt der Rheumawert und das und das und das. Aber keine Sorge, wir begleiten dich bis ans Lebensende mit ausreichend Medizin, die dir die Schmerzen nimmt. Und der Diabetiker kriegt gesagt, du kannst wieder alles essen, alles wunderbar. Lass dich nicht vom Dr. Hobart mal trittieren, der dir den Kuchen verbieten will. Wir spritzen das hinterher einfach weg, das, was du zu viel gegessen hast. Wir haben genug Insulin vorhanden. Es ist alles gut, es ist alles so, wie es sein soll. Wir bedienen dich bis ans Lebensende mit dem Insulin, das du brauchst. Das Gleiche gilt dann eigentlich für jede andere Erkrankung auch. Und der Wille zur Heilung, der ist in den Hintergrund getreten. Nicht, weil da böse Menschen am Werke sind, sondern weil diese Gesundheitsindustrie so übermächtig geworden ist und der Patient auf der anderen Seite, ich will ihn jetzt nicht als faul bezeichnen, aber er geht lieber, und das ist bei uns allen so, wir gehen alle lieber den leichteren Weg. Und der leichtere Weg ist aber der Weg, der nicht der Evolution entspricht. Evolution heißt immer wieder sich Herausforderungen stellen. Das heißt, wenn ein Symptom da ist, gibt es einen Grund dafür. Da ist etwas in mir aus der Balance geraten. Und das kann ich nicht einfach wegspritzen oder mit einer Tablette wegnehmen. Das ist so, als würde ich dieses uralte Beispiel, als würde das rote Lämpchen im Auto aufleuchten, ich fahre in die Werkstatt und der Mechaniker sagt, kein Problem, und dreht einfach die rote Birne raus. Das ist ja dieses uralte Beispiel. Also Krankheit als Symptom, Krankheit als Botschaft des Körpers, als Ausdruck der Weisheit unseres Systems, wo das System uns zeigen will, hey, pass auf, hier in dem Bereich, da gerätst du gerade aus der Balance, da nimmst du mehr Energie aus deinem System raus oder lässt zu, dass dir mehr Energie entzogen wird, als dein System aushalten kann. Und die Grundbotschaft hinter jeder Krankheit ist immer erstmal die gleiche. und die lautet, bleib stehen und schau hin. Und schau hin und schau, ob du mit deinem Seelenweg, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du gerade auf dem Weg in eine Sackgasse bist. Schau, ob hier zu viel du Ja sagst, wo du in Wirklichkeit eigentlich Nein meinst, wo du zu viel gute Miene machst zum Sondenspielen. Das heißt, die Natur fordert uns auf zur Achtsamkeit, zum Hinschauen, zum Gewahrsein dessen, was jetzt für dich dran ist, damit du lange, gesund und sinnererfüllt leben kannst. Und das natürlich auch auf der individuellen Idee des Einzelnen. Also das heißt, in der Form, wie er in seiner Einzigartigkeit natürlich hier auf diesem Planeten auf die Welt gekommen ist. Also ich glaube, dass es kein Problem zweimal gibt auf dieser Erde. Das glaube ich nicht. Das sind wahrscheinlich ähnliche Symptome, dass man sagen könnte, okay, es ist jetzt eine Krankheit hier, eine Krankheit da, eine Krankheit dort. Aber Auslöser ist wahrscheinlich im umgekehrten Falle einzigartig betrachtet für jeden etwas Individuelles, weil ich kenne jetzt keinen Menschen, der die gleichen Gedanken hat. Also von der Form zeichnet sich das ja auch schon dadurch aus, dass man in einem einzigartigen Körper steckt, in einem einzigartigen System steckt und auch in ein einzigartiges Leben ein Stück weit führt. Und ich glaube, das größte Problem, was die Menschheit oder die Gesellschaft in der heutigen Zeit hat, das bezeichne ich immer mit dem Wort der Passivität. Dieses Abstumpfen, Verantwortung abgeben, alles stehen und liegen lassen, das werden die schon machen. Und dann ist es dann wahrscheinlich so, dass du dann den Halbgott in weiß dann vor dir hast und dem dann vertraust und der sagt, du musst die Pille nehmen, Sprichwort die rote Lampe rausdrehen, damit es nicht mehr leuchtet und kommst gar nicht auf die Idee, dass du vielleicht dir selbst der beste Arzt sein kannst. Ja, ich würde genau diesen Gedanken auch weiterverfolgen. Ich würde noch einen draufsetzen auf die Frage, warum die sind die Dinge so. Da gibt es noch zwei Gründe. Wenn wir die aufeinander aufbauen, dann wird da ein Schuh draus, nämlich das, was wir an Informationsflut tagtäglich zu bewältigen haben und der zunehmende Anpassungsdruck in uns. Ich muss lieb und nett sein, ich muss funktionieren, ich muss hier noch, da noch und dort noch. Das heißt, ich bin ständig in dieser Position, ich muss ganz perfekt sein, ich muss ordentlich sein. Also die Gesellschaft, ich glaube, alle möglichen erwarten ganz viel von mir. Ich bin also in gewisser Weise ein Mangelbewusstsein gefangen und glaube, ganz viel tun zu müssen. Und das wiederum führt mich in der ständigen Adrenalindominanz. Das heißt, ich bin permanent im Adrenalinmodus, im Sympathikusmodus. Und Sympathikusmodus heißt, meine Aufmerksamkeit ist so stark in diesem Überlebensmodus gefangen, dass die andere Seite, der Parasympathikus und sein Hauptvertreter, der Vagusnerv, dass die gar nicht zum Zuge kommen. Und nur ein entsprechender Vagus-Tonus erlaubt mir, wach zu sein, hinzuschauen, zu verstehen, zu reflektieren. Der Vagus ist zuständig für Kreativität, für Vorausschauendes, Visionäres, Empathisches, Selbstempathisches Denken und Fühlen. Das heißt, ab einem gewissen Tonus ist er der Türöffner auch zur Herzkohärenz. Heißt, ab einem gewissen Vagus-Tonus geht eine Pforte auf und das, was wir eben schon sagten, ein altes Erfahrungswissen, altes Herzenswissen, tiefe Herzensweisheit fließt in unsere Wahrnehmungs- und Gedankenprozesse und Entscheidungsprozesse und dann Handlungen mit ein. Dinge, die nicht einfließen, wenn ich im Sympathikus-Modus laufe, ich überlebe jetzt. Das heißt, umso mehr ich im Sympathikus-Modus bin, umso mehr bin ich getrennt von mir und meiner inneren Weisheit, haben wir in der Pandemie sehr schön gesehen und jetzt kommen wir aus meiner Sicht zu der Hauptursache und zur Hauptantwort auf deine Frage, woran liegt das, woran krankt die Welt und dann ist es auf der einen Seite der Stress, die Informationsflut, aber letztendlich steht aus meiner Sicht nicht dahinter die böse Pharmazie, die schließt sich dann, die flechtet sich so ein und nutzt für sich nicht als böse, sondern einfach als Business-Modell eben die 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 verführbarkeit des Menschen, nennen wir es so, aber der eigentliche Grund ist Angst. Und die Angst des Arztes nicht perfekt das Maximale zu tun, die Angst des Arztes nicht den Leitlinien zu entsprechen, die Angst des Arztes was zu übersehen, das Kind mit den Bauchschmerzen lieber auf Nummer sicher gehen, lieber ins Krankenhaus gehen, könnte ja ein Blindern-Durchbruch sein. Also ich habe in den 40 Jahren vielleicht tausend Kindern, sage ich jetzt einfach mal so, den das Krankenhaus bewusst erspart, weil ich Vertrauen vermittelt habe und der Mutter gesagt hat, Fußmassage, Bauchstreicheln, aufs Kind gehen, zugehen, Achtsamkeit, Dasein, warm einpacken und mit mir telefonisch Kontakt halten. Was ein Kind braucht, ist Wärme und Nähe der Mutter und nicht die superkalte Stressatmosphäre des Krankenhauses, wo dann eine Pathologie-Kette entsteht, an der am Ende die Operation ist, wo man dann sagt, ja der Blinddarm war entzündet und alle sind zufrieden. Ich musste selbst Blinddärme operieren und habe gesehen, ich habe vielleicht von zehn war einer wirklich entzündet, bei allen anderen mussten wir reinschreiben, Verdacht auf. Und wenn man das so sieht, dann weiß man, dass sich da Dinge auch verändert haben und Blinddärme werden heute kaum noch operiert, fast gar nicht mehr. Früher wurde jedes Kind mit Bauchschmerzen sofort aufgeschnitten. Also diese Irrtümer der Medizin, aber alles unter dem Glauben, man muss sich jetzt anpassen an das, was gerade opportun ist. Das heißt, von daher kommt die Haltung des Arztes, ich muss perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen, das würde mich und meine Familie in den Abgrund reißen, wir gehen mal auf Nummer sicher. Und die Spitze habe ich einmal erlebt, als jemand, der zehnmal eine Bronchitis hatte, als dann ein Krankenhaus tatsächlich vorgeschlagen hat, wir nehmen den Teil der Lunge raus, der immer wieder entzündet ist. Ich habe dutzend Male gesehen Menschen, die den Magen rausgenommen bekommen haben, weil die immer wieder Gastritis hatten, aber niemand hat mit ihnen über Ernährung gesprochen. Und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen einen Fall, da kriegte auch jemanden einen Teil des Dünndarms rausgeschnitten, wegen Krebs, und am nächsten Morgen kriegte er seine Scheibe Weißbrot mit einem Stück Kochschinken drauf und einem gekochten Ei. Wenn ein Krankenhaus so handelt, dann frage ich mich, da bin ich einfach fassungslos. Da ist die 15 Medikamente, mit denen der Patient dann aus dem Krankenhaus rausgeht, das ist ja ein schlechter Witz obendrein noch. Also hier scheinen viele Menschen aus panischer Angst, nicht alles getan zu haben, Menschen immer mehr die Verantwortung wegzunehmen. Und das ist dieses Loose-Loose-Spiel, was ich beobachte. Die Pharmazie wird zu einem zunehmenden Gefahrenmoment für unser aller Überlebenden, beziehungsweise für die 70 Prozent der Menschheit, die sich davon verführen lassen. Ja, es sind ja, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort falle, es sind ja aber auch ganz klar auch Tendenzen zu sehen. Ich kann es nur nochmal sagen. Also ich habe, wenn du jetzt heute zum Beispiel, schlag die Zeitung auf, du wirst Mittelchen finden, da, 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 gegen Kopfschmerzen, gegen Schnupfen, gegen Halsschmerzen, gegen, was weiß ich, ich habe vorhin letztens was gesehen, auf einem Privatsender sogar, da wurde ein Nasenspray, nur weil einer niest, völlig panikartig, sich Leute irgendwie im Supermarkt dann unterm Salat verstecken, nur dass sie nichts abkriegen, weil der Kassierer genießt hat. Und dann wird ein Mittelchen zum Sprayen, wo ich mich dann fragen, Gottes Willen, was geht denn da ab, wenn du musst doch ein Stück weit irgendwo auch noch so ein Restfeingefühl für deinen, für deinen, für deinen Zustand bewahrt haben, dass du dir klar machst, dass da nicht, ja, ja, es fehlt einem da die Worte, wird da vermittelt, ich meine, das kommt ja noch dazu, wir haben ja die gesamte Industrie da draußen, wie du sagst, auch in der Informationsflut drin steckt, die dann für jedes Zipperlein da draußen irgendwie ein Mittelchen rausgibt, also wenn ich vor 20 Jahren Kopfschmerzen hatte, dann wusste ich genau warum, das war meistens montags. Ja, ja, genau. Ja, und. Und das sind doch tolle Signale unseres Körpers, also wir können dankbar sein für jedes Signal, das er schickt, damit es eben nicht eskaliert hin zu einer größeren, schlimmeren Erkrankung, weil die Vorstufen können uns rechtzeitig schon immer wieder zur Besinnung bringen, sodass wir eben, wenn wir merken, da ist Müdigkeit oder Kopfschmerzen nachmittags um vier, dann können wir nach Hause gehen und ins Bett legen. Wir können aber auch auch so gut sagen, jetzt mache ich mir einen doppelten Espresso und nehme eine Schmerztablette und arbeite bis 8 Uhr weiter. Aber dadurch baut sich ja der Druck auf, der sich über Krankheit entlädt. Ich habe in den 40 Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, da gibt es die einen Menschen, die arbeiten jeden Tag ihre 7,5 bis 8 Stunden und dann gibt es die anderen, die arbeiten jeden Tag 12 Stunden, mit 55 haben sie einen Herzinfarkt, können gar nicht mehr arbeiten bis zur Rente und im Durchschnitt haben die auch 8 Stunden gearbeitet. Also es gibt auch hier so eine Mitte, so ein Mittelmaß, wo man sagen kann, es ist hier sicherlich auch die Übertreibung, wenn man zu sehr in die eine oder andere Richtung geht, dass einem das System dann sehr schnell Signale zeigen kann, die erstmal nur heißen, bleib stehen und guck hin. Da fällt mir das Balancemodell von Milton Erickson dazu ein, der diese vier wunderbaren Bereiche aufgemacht hat und auch gesagt hat, es gibt immer die Sinnfrage, für was tust du es oder aus welchem Grund tust du das, was du tust, dann deine Freizeitgestaltung, ganz wichtig, falls du ein Hobby hast, so irgendein Interesse, also ein Stück weit deine Berufung folgen, dann gibt es den Beruf, selbstverständlich, noch die Berufung und natürlich auch Körper, also das ist Körper, der muss damit einbezogen werden, sonst funktioniert das nicht und da immer schauen, dass diese vier Bereiche irgendwo so im gleichwertigen Modus bleiben, wenn du nur Sport machst und dann hier, was weiß ich, Schwarzenegger mäßig, ich glaube nicht, dass das so gesund ist für den Körper, das kann ich am besten Willen nicht vorstellen, auch wenn es vielleicht so ist. Um deine Fragen noch weiter zu beantworten, weil die ist ja auch sehr spannend, woran liegt es jetzt letztendlich, also wenn wir sehen, die Angst des Arztes oder nochmal ein anderer Patient, auch von vor ein paar Wochen, der hat ein Aneurysma und seit zehn Jahren geht der zweimal im Jahr zur Hirnuntersuchung und jedes Mal muss er einen radioaktiven Preisschluck trinken. So und das hat er nie hinterfragt und immer unter dem Motto, wir müssen mal auf Nummer sicher gehen und gucken, ja ich weiß gar nicht, wo nachgucken, er ist ja immer noch da, er hat sich ja nichts geändert, das Aneurysma bleibt immer an der gleichen Stelle, aber seit zehn Jahren wird er alle halbe Jahr ernsthaft drauf angesprochen, wir müssen, wir müssen, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Was dieser radioaktive Preisschluck mit ihm macht, da hat er sich nie drüber Gedanken gemacht. Wir gucken, dass wir Milligramm Quecksilber aus den Zähnen rauskriegen und trinken dann aber einen kompletten Liter radioaktiven Saft. So und jetzt beim letzten Mal, als wir dann darüber sprachen, er ist noch nicht so lang Patient, sagte er plötzlich, sie glauben nicht, was die mir letzte Woche empfohlen haben, sie wollen mit dem Endoskop in der Schlagader reingehen und wollen sich das Aneurysma mal von innen angucken, um auf Nummer sicher zu gehen und er sollte einen Zettel unterschreiben, wo drin steht, dass er ein Schlaganfallrisiko durch die Untersuchung hat von 50 Prozent. Das heißt, jeder Zweite kommt aus dieser Untersuchung mit dem Schlaganfall raus. Und da stand, er hat es mir gezeigt, das sollte er unterschreiben. Und da ist ihm bewusst geworden, in was für eine Maschinerie er reingeraten ist, aber alles unter dem Aspekt, wir müssen auf Nummer sicher gehen. Es ist der Arzt, der mit seinem Angstfeld auf ein Angstfeld des Patienten stößt und ein Patient, der nicht fest in sich verankert ist, der nicht gut in sich geerdet ist, der lässt sich, und deswegen haben wir den Titel ja mit dem weißen Kittel das gesagt, der lässt sich von der Länge des weißen Kittels im übertragenen Sinne von dem Feld mitnehmen und kann sich dagegen nicht wehren, weil die Angst bei ihm sofort getriggert wird und so macht auch der intelligenteste Mensch alles, was der Arzt ihm sagt. Und das nur auf den Prüfstand zu stellen, wie gesagt, die Ärzte sind keine bösen, schlechten Menschen, sind wunderbare Menschen, alle, die ich kennenlernen durfte und auch die Medizin, die dahinter steht, wenn ich die moderne Chirurgie sehe, dass man Kinder schon intrauterin operieren kann und dadurch Leben retten kann, glückliche Familien, auch sogar Teile der Chemotherapie sind gar nicht schlimm. Ich habe Tausende gesehen, wo die Kinder ihre Mütter behalten haben bei Brustkrebs durch eben die Chemotherapie. Aber ich habe auf der anderen Seite auch Tausende gesehen, die da jämmerlich zugrunde gegangen sind. Ah, ich glaube, dass du diesen... Beides, es ist nicht nur das. Du kannst das nicht generalisieren. Ich möchte den einen Bereich eben ansprechen, der mir im Moment immer mehr aufstößt, weil hier Angstfeld auf Angstfeld stößt und was dabei rauskommt, ist nichts Gutes. Kommt mir noch ein anderer Gedanke dazu. Ich meine, jetzt gerade nochmal, ich habe vor kurzem auch im Bekanntenkreis einen Fall gehabt, da waren wir alle Gottfroh, dass Schulmedizin da war, um Gottes Willen. Also das darf man auch nicht so... Ich meine, das hat ja alles auch eine Historie und auf eine gewisse Art und Weise auch eine Berechtigung. Sonst wäre es nicht da. Also es gibt ja mit Sicherheit den einen oder anderen Erfolgsweg da drin auch zu finden. Das darf man ganz klar so sagen und da gibt es gar nichts zu sagen. Ich halte nur... Die Betrachtungsweise finde ich manchmal ein bisschen krass. Also wenn dann schulmedizinisch gesagt wird, das ist das Einzige, was es gibt, da kriege ich dann schon einen Zustand, weil es einfach nicht mehr der Blick auf das Ganzheitliche ist. Weil es gibt mit Sicherheit genauso viele Heilmethoden im nicht-schulmedizinischen Bereich wie im schulmedizinischen Bereich, die mit Sicherheit auch Irreprächtigung haben. Und wenn ich dann heute angucke, dass man die Homöopathie, die Heilpraktiker, dass man denen das Leben zur Hölle macht, dass sie nicht mehr praktizieren können, dass man das abschalten möchte von der Krankenkasse ja gar nicht mehr fördert. Das kommt ja noch dazu, dass man sagt, man geht diesen Weg gar nicht mehr über die Unterstützung. Und dann habe ich noch den Gedanken, dass das auf der einen Seite dann schon so ein Lobbyismus schon fast ist, wo man sagt, naja, da steckt jetzt einer dahinter, der will unbedingt den Markt da für sich irgendwie generierbar machen und muss dann schauen, dass ein paar Konkurrenten verschwinden, dann macht man da was zu, da was zu, da was zu, lässt nur das zu, nur das zu, nur das zu. Das kann man ja machen, wenn man in richtigen Stellen sitzt. Und dann habe ich noch den Gedanken, dass es in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder so zu so einer übertriebenen Schutzkultur kommt. Wir müssen dich schützen. Wir müssen dich davor schützen, wir müssen dich davor schützen, wir müssen dich davor schützen, wir müssen dich davor schützen. Dann habe ich manchmal den Eindruck, dass bestimmte Ängste einfach durch die Information schon generiert werden, dass der eine oder andere sagt, Gott, was will ich jetzt machen? Und dann steht der andere da und sagt, ich kann dich davor schützen. Und war ja auch alles unter dem Schutz. Wir müssen sich mit Maske zum Schützen, das zum Schützen, das muss immer geschützt werden. Und das ist... Ja, aber das bestätigt das, was ich eben sagte. Also es wird eine Angst bedient. Es wird eine Angst geschürt, die dann bedient wird. Und das ist mir auch ein Rätsel, warum der Staat sich in dieser Form einmischt in einen Bereich, in den gar nichts angeht. Und wäre auch in völliger Inkompetenz, wenn ich sehe, dass jetzt die Grünen einen Antrag gegeben haben, dass man Vitamin D verbietet. Also da gibt es international festgelegte Grenzwerte und wer da drunter ist, der muss Vitamin D nehmen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also was geht einem grünen Politiker an, was für einen Vitamin D-Spiegel ich habe und sich da einzuschalten? Es wäre das Resultat, den Vitamin D-Spiegel zu senken, was wäre für eine Krankheit möglich oder was würde daraus resultieren? Welche Medikamente kann ich dann wieder absetzen, um weitere Steuern zu generieren? Das sind dann die Gedanken, die ich dann kriege. Tut mir leid. Also es ist ein ganz spannendes Feld und ich bin immer wieder begeistert und vielleicht sehe ich die Dinge aus einer bestimmten Perspektive, weil ich war in der Kindheit so ein bisschen so ein Michel Lönneberger. Ich bin mit Absicht immer auf den dünnsten Ast gestiegen, wenn ich einen Baum hochgeklettert bin, um zu gucken, hält der mich denn? Und wenn eine Eischolle am Fluss vorbeitrieb, da bin ich immer draufgesprungen, wollte sehen, kann die mich tragen? Ich will gerne auf eine Eischolle wie ein Eisbär fahren. Mit meinen Seifenkissen bin ich immer gegen irgendwelche Mauern gefahren. Ich habe aber immer festgestellt, hey, ich packe das. Da ist etwas in mir. Es bleibt immer nur bei Hautabschürfungen. Und meiner Mutter, die verzweifelt war an meinen kaputten Hosen, der habe ich dann irgendwann gesagt, Mama, ich ziehe jetzt einfach immer kurze Hosen an, weil meine Haut, die heilt auch innerhalb von zwei, drei Tagen. Wir müssen gar nicht die Hosen immer kaputt machen. Ich habe da ein Vertrauen in meinen Körper gekriegt. Da bin ich vielleicht ein bisschen gesegnet. Aber ich habe dadurch, durch diese Herausforderung, so ein Glückspilzbewusstsein entwickelt. Und das ist aber nichts, das ist etwas, was jeder Mensch in sich tragen kann, wenn er entsprechende Erfahrungen macht. Aber die Erfahrung kann er nur machen, wenn er Dinge ausprobiert. Und wir probieren immer weniger aus und werden dementsprechend immer mutloser und sind dann froh, wenn uns einer draußen sagt, wo es lang geht. Und dadurch nehmen die Ängste zu, weil man immer weniger Vertrauen hat in die eigene Weisheit, in das eigene Wissen und weil man auch gar nicht die Ruhe findet, um sich drauf zu konzentrieren. Und jeder Mensch hat jeden Tag die Möglichkeit, gucke ich nachmittags auf RTL 2 irgendeine doofen Sendung oder gehe ich raus und mache Sport oder gehe spazieren oder tue etwas für meine Weiterentwicklung oder Bildung. Genau. Das ist der Grund, warum wir die Volition ja auch ins Leben gerufen haben, weil wir genau diesen Impuls setzen möchten. Ich habe gerade auf der letzten Veranstaltung im Dezember auch gesagt, es geht letztendlich immer ums Trauen. Das Trauen. Erstmal das Trauen in sich selber wieder zu ermöglichen. Und das ist wiederum eine Gefühlsgeschichte, dass du das Gefühl hast, dass du im Selbsttrauen bist. Ich sage ganz bewusst nicht Selbstvertrauen, ich sage im Selbsttrauen bist. Weil das ist das, was letztendlich ja die Stärke frei macht, dieses Leben, was du hast, auch zu leben. Wo wärst du denn hingekommen, wenn du vor lauter Angst vor morgen am nächsten Morgen nicht mehr verstehst, aus dem Haus gegangen wärst? Das ist doch genau das letztendlich. Und weißt du, wenn man genau guckt, nach 50, 60 Jahren, was ist denn schon groß in deinem Leben passiert? Gar nichts. Du bist ja immer noch da. Das ist alles gut. Das hat ja auch was mit dem Trauen zu tun. Und den Impuls, den zu verstärken, das ist eigentlich die Aufgabe, die wir uns dargestellt haben, dass wir immer mehr Menschen finden, die in dieses Trauen zurückgehen. Weil solche Menschen, die im Trauen sind, mit denen kannst du nicht so leicht den Hugo machen. Das ist erstmal für mich so relativ sicher. Ja, ich glaube, das hat die Pandemie ja gut gezeigt, dass diese, ich sage jetzt mal 25, 30 Prozent an Menschen, die wussten, hier stimmt was nicht. Hier verlasse ich mich auf etwas Tiefes in mir. Hier spiele ich ein bestimmtes Spiel eben nicht in der Form mit, dass die Zahl dieser Menschen, die dann auch dabei geblieben sind, denen es gelungen ist, ihrer Intuition zu folgen. Viele wären ja gern gefolgt, aber der Staat hat es ihnen nicht möglich gemacht, auf ihre Intuition zu setzen. Das waren ja Dramen, die sich da abgespielt, wirkliche Dramen. Aber die Zahl dieser Menschen nimmt zu und das macht mir Mut. Und für diese Menschen gibt es, ist eine ganz andere Medizin, ist eine ganz andere Medizin notwendig. Das müssen wir einfach so sagen. Das sind Menschen, die für sich die Verantwortung übernommen haben und die dann auch zu mir in die Praxis kommen und sagen, hey Doc, ich bin bereit, inspiriere mich, motiviere mich, ich gehe jeden Weg mit, weil ich will gesund werden. Ich will den Fahrradschlauch meines Fahrrads aufpumpen, damit Fahrradfahren wieder Spaß macht und ich noch bis hinter die sieben Berge radeln kann. Ich will Gas geben können, will Kraft haben und bin bereit, alles zu machen, was du mir vorschlagen kannst. Und wir haben uns völlig verabschiedet, deswegen machen wir nur noch Kuren hier, wo wir Menschen einladen, für fünf, sechs Tage an Stein oder Meer zu kommen. Wir haben uns verabschiedet von einer Fünf-Minuten-Medizin oder Zehn-Minuten-Medizin, wo sich Menschen bedienen lassen, mal so nebenbei. Kommt ja auch noch dazu, dass du in den Praxen da durchgeschossen wirst, also fünf Minuten Zeit, da kommt man so Zettel, Unterschrift, Rezept, raus, das nächste, wo ich denke, was geht denn hier ab? Ja, und ich glaube aber auch, und das ist etwas, gerade weil ich jetzt mit dir auch spreche und du es auch bestätigst, dass wahrscheinlich ganz viele Kollegen mittlerweile auch merken, da passt was nicht. Ja, und da vielleicht auch an Alternativen arbeiten, zumindest schon mal geistig anfangen, daran zu arbeiten. Das ist für mich so der erste Schritt, überhaupt eine Veränderung einzulernen. Gerade Medizin mit der ganzen Verstaatlichung, Gebühren, Ordnungskatalog und Kassenärztliche Abrechnungszentren, die dann genau festlegen, was das Verbinden vom Arm für einen Wert hat. Da muss man sich mal reinziehen. Also wo sind wir denn eigentlich hingekommen? Ja, das entscheidende Argument oder eins der wichtigen Argumente ist, man darf immer wieder den Blick lenken auf die Irrtümer der Medizin. Ich weiß noch sehr gut, wie ich, als ich in der Kardiologie gearbeitet habe, Ende der 80er Jahre, ich weiß noch, wie unser Chefarzt uns getriezt hat im Herz-Kreislauf-Zentrum Rothenburg an der Fulda, die fünf wichtigsten Antearrhythmika, also die Mittel gegen Herzrhythmusstörungen. Wir mussten die auswendig kennen, hoch und runter und wir mussten genau bei dem und dem Patienten so und so einsetzen. Und er fragt uns da jeden Tag ab, es war ein Drama. Und in mir hat immer eine Stimme gesagt, irgendwie kann doch nicht wahr sein. Aber wir sahen dann, okay, ein Patient, der vorher 150 Extrasystolen am Tag hat oder 2000 am Tag hatte, plötzlich durch das Medikament nur noch 10 am Tag. Also haben wir gesagt, ist ja wunderbar. Bereits 15 Jahre später waren alle diese Medikamente vom Markt genommen, weil die Patienten alle innerhalb von ein paar Jahren gestorben sind, durch die Medikamente. Weil man kann das Herz nicht wie eine Box zusammenpassen, dass jeder den gleichen Rhythmus hat. Weil diese Patienten haben dann einen genau rhythmisierten Herzschlag gehabt, egal, ob Aufregung war oder nicht. Egal, ob sie geschlafen haben oder gerade nachts mal kurz auf Toilette gehen mussten, wo der Herzschlag hochgehen muss, um plötzlich dem nachzukommen, was getan werden muss. Das heißt, das Herz wurde in eine Box reingepresst und wir sehen heute, wir machen ja Stress-EKG bei jedem Patienten, der kommt. Wir messen also den Vargus-Tonus und den Sympathicus-Tonus und sehen, wie stark eine Krankheit psychisch durch Stress ausgelöst ist und wie weit eben der Vargus-Tonus als Gegenregulator, wie aktiv der ist. Und dann sehen wir, dass die Menschen, die ganz geringe Ausschläge haben, die also sehr stark unter dem Sympathicus-Tonus laufen, dass die herzmäßig sehr, sehr schlecht gestellt sind. Und in der chinesischen Medizin heißt es bereits, wenn der Specht an den Baum schlägt, also wenn der Herzschlag so schlägt, wie der Specht an den Baum schlägt, steht der Tod kurz vor der Tür. Ein 5000 Jahre alter Spruch, der in jedem chinesischen Buch wieder erneuert worden ist, weil der Herzschlag muss sich mit jedem Moment verändern, im Millisekundenbereich. Er muss ständig in Bewegung sein. Richtig große Seele. Ein Mensch ist ja fließend. Du kannst nicht sagen, wir sind in einer starren Form und das ist eine Norm und das muss passen. Da haben wir beim letzten Mal den Rasmus Gauberghausen da gehabt, der genau mit dieser Herzraten... Herzratenvariabilität, das meine ich. Das ist noch festgestellt, dazwischen keinem einzigen Herzschlag liegt genau der gleiche Zeitabstand. Man sagt dann, je gleichmäßiger es wird, umso ungesunder ist der Mensch. Umso größer ist das Herzinfarktrisiko. Diese Untersuchung ist besser als jedes Belastungs-EKG. Das normale E-KG ist ein Witz. Das bringt ein Prozent von dem, was dieses Stress-E-KG hervorbringt. Und das Besondere ist, wir können den Patienten danach atmen lassen und nur zwei Minuten normales, menschliches Atmen, tiefes Atmen, normalisiert die Situation ein großes Stück weit. Das heißt, der Vagusnerv stärkt an, der Sympathikus kommt runter. In nur zwei Minuten. Und wenn der Mensch das gesehen hat, der Patient das gesehen hat, dann weiß er, dass dieser Spruch erst mal tief durchatmen, was da für ein Zauber dahinter ist und welcher Zauber sich dahinter verbirgt, wenn die Tibeter, die Chinesen, die Inder fallen und seit 70 Jahren rüber zwitschern, atmen, atmen, atmen. Meine Oma hat schon gesagt, erst mal tief durchatmen. Erst mal tief durchatmen, genau. Erst mal tief durchatmen. Oder ey, hol mal Luft. Ja, und die meisten Menschen, die im Sympathikus-Modus laufen, die atmen 500 Milliliter ein und aus. Aber unsere Lungenkapazität sind dreieinhalb, sind vier, sind viereinhalb Liter. Und zum normalen Atmen gehören zwei Liter Luft rein und raus, und zwar durch die Nase. Der Mensch ist ein Nasenatmer. Er darf nicht durch den Mund atmen. Die ganzen Stoffwechselprozesse werden in der Nase aktiviert. Der Filter, ich habe zwei Jahre in der Praxis ohne Maske gearbeitet, weil ich durch die Nase geatmet habe. Die Nase ist besser als jeder Filter. Wir haben nicht nur die Filterfunktion, sondern bereits die T-Zellproduktion beginnt in der Nase. Das heißt, die Nase wird ständig das Immunsystem aktiviert und gestärkt, sodass wir gefeit sehen gegen alles Mögliche, was aber 0,0 stattfindet, wenn wir die Viren direkt auf Lunge nehmen. Ist doch logisch. Das muss man doch gar keinem erklären. Nun habe ich noch in der Rhinologie gearbeitet, also in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ein halbes Jahr und weiß um die Bedeutung über die Turbinaten der Nase, über die Synthasen der Nase, über die NO-Produktion, die Entzündungen eindämmt, die die Herz-Granz-Gefäße, die Hirn-Gefäße erweitert, wie stark die Nasenatmung die Vagus-Bremse aktiviert. Der Vagus, der Dirigent, all dieses Orchesters der Selbstheilung, der nur durch, also maßgeblich durch die Nasenatmung aktiviert wird. Alles fällt flach, wenn wir nur flach durch den Mund hin und her hecheln. Das ist Wissen rund um menschliches Funktionieren unseres Systems und wenn man diese einfachen Sachen beherzigt, das sieht man dann in diesem Stress-Egg, wenn jemand nur mal ein paar tiefere Atemzüge macht, so wie es dem menschlichen, biologischen Rhythmus entspricht, dann sieht man sofort, wie sich das EKG in den Normalbereich entwickelt. Ganz einfache Sachen, da brauchen wir keine großen Medikamente, aber wir brauchen Übungen, damit die Menschen dort hinkommen. Ingrid. Okay. Das war jetzt ein Austausch in Kurzfassung, aber trotzdem denke ich, sehr, sehr tiefgehend. Ich glaube, also ich habe jetzt seit Langem erst mal wieder merken dürfen, wie richtig wir mit unserer Tätigkeit sind, wie richtig wir mit unseren Aktivitäten sind und ich glaube, das ist das Zauberwort gegen all das, was da draußen momentan am Laufen ist. Kommen die Aktivität, kommen's tun, kommen's machen und ich freue mich auf den 13. April, wenn du den Vortrag machst, das wird mit Sicherheit eine unglaubliche Bereicherung für die Volition werden und an alle, die zugeschaut haben, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dr. Med. Ingfried Hobert am 13. April bei uns auf der Volition. Bis dahin. Macht's gut. Schönen Sonntag noch. Danke dir. Sehr gerne.